Wenn man Schläß hat, hat man Hunger oder Kohle. Schläß hat man aber nur in einem Gebiet zwischen Preußkirchen und Siegburg und natürlich mitten drin in Köln. Nirgendwo anders kennt man das Wort für Hunger, also sehr typisch. Entstanden ist das Wort aus dem hochdeutschen Wort, was sie in Verschleißen und Verschlissen kennen und man erklärt sich das so, dass wenn man Kräfte verschließen hat, dass man Hunger hat, dass man dann Schläß hat.